Was geht ab, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone und wir spielen wieder meinen... Ne, wir spielen nicht meinen Schamanen, wir spielen meinen schönen Jäger. Aber ich nehme mich jetzt ein neues Deck, ein bisschen was verändert. Und ja, ich bin mit dem noch ein bisschen am üben, dass ich da so reinkomme, also auf so Taktik und so, also wie man spielt. Weil ich hatte ja vorher ein anderes Deck, was ich mir selbst gemacht habe und das war... Zu-Deck. Joa, jetzt habe ich halt mit Rangedeck. Ja, guck mal, das ist doch schon mal ne schöne Hand am Anfang. Oh, zwei Netzweber. Top-Notch. Jetzt wirst du gefickt, Junge, richtig. Jetzt wirst du gefickt, Junge, richtig. Oh, ha. Facehunter OP. Ich jage allein. Der ist... Nicht so geil. Aber ist ne Legendary. Darum dachte ich erst geil, aber... Ja. Nicht so stark. Oh, hi, er hat Face-Damage genauso viel wie ich. Nice. Also, ach, ne. Oh, fuck, wieso? Oh, fuck, ich bin doch blöd. Wieso? Ja, genau. Wieso habe ich denn die Hyäne schon gespielt? Oh, scheiße, bin ich blöd. Okay, das war bad. Das war hart gemisplayed. Oh, Gott, was scheiße, äh. Oh, das ist geil. Der ist geil. Die Wahrheit ist mein Schwer. Ich will es Ihnen zeigen. Ich will es Ihnen allen zeigen. Ich will es Ihnen allen zeigen. Bord clear Entschuldigung Die Schlangenpfeile funktioniert richtig geil mit dem Mucklass Champion zusammen Boah, Alter, wenn jetzt die Schlangenpfeile ausgelöst wird, ich ihn spiele und ihn Das wird kranker Damage, Alter Nein Verdammt, ey, egal, trotzdem Die Karte ist so schwach Ach, der hat Inspiration plus eins plus eins Oh Das ist geil Hab ich aber zu spät gesehen, ich dachte, Kampfschrei Oh nein Bitte Mucklass Champion, bitte Mucklass Champion Ja Alter 5-1-1er Easy Oha Ey, ich hab so... ich hab guten Schaden auf dem Feld Aber ich möchte eine Karte ziehen Okay, ich glaub, das hab ich gewonnen Ja, also... was soll er jetzt noch machen? Add ein Leben Boom Erste Runde Gewonnen Weiß so gut lief, noch ne Runde Wir müssen sehen, wir sind schon schon lasse Bistau Bistau Rundf luglio Drexer gegen Drexer! Lasst die Jagd beginnen! Ich bringe euch zur Strecke! Oh, geiler Karten! Grüße! Grüße! Ich bringe diesen Abflug auf euren Kopf! Hallo! 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 Ich bringe diesen Abflug! 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 Die Karten gerade sind nicht so top eigentlich. Ja, okay, die Heilung hat es ihm gerade sehr krass gebracht. Oh, der hat Stalag und Folgen in seinem Deck. Läuft bei dem Jungen. Oder Mädchen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angriffsschaden. Oh, wenn jetzt gleich die Schlangenfalle ausgelöst wird. Äh, GG. GG. Ja, Dr. Boom bringt dir nichts. Ich sag's ja, easy. Ja, Leute, das war heutige Folge Hearthstone. Hoffentlich, wem er sich hat euch gefallen. Äh, lasst eine Bewertung da, wenn es gut war. Schreibt in die Kommentare Verbesserungsvorschläge. Und schreibt in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Hearthstone Ranked. Hearthstone Arena. Oder ob ihr League of Legends sehen wollt. Aram. Oder League of Legends, ähm. Ähm, ganz normal game. Oder League of Legends mit Tony. Oder ob ich vielleicht was ganz anderes bringen soll. Irgendwie vielleicht sogar ein Komponprojekt mit anderen. Also, schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.